So Freunde, willkommen zurück. Es geht endlich weiter. In der letzten Folge haben wir ja hier dieses Band gefunden, haben dann festgestellt, dass wir durch das Band die Realität verändern können. Da machen wir jetzt auch direkt weiter und ich wünsche euch viel Spaß mit der nächsten Folge Blähwitch. Los geht's. So, da haben wir jetzt praktisch das Auto aktiviert, was jetzt plötzlich aufgetaucht ist. Na komm. Du weißt, was zu tun, Junge. Wie im Training. Na, guter Junge. Du wirst großartig auf der Forst, wenn du nicht so dumm bist. Da sehen wir uns hinführt. Das ist schon richtig spooky, muss man schon sagen. Was ist los, Junge? Ricky, Ricky! Wow. Besser jetzt, Bullitt? Vielleicht steht Litchi. Der Bullitt. Okay. Oh, da ist er. Oh! Ich sollte was das überprüfen. Keine Ahnung. Great. Bates, zu Ellis. Komm in. Go ahead. Go ahead? Goddammit, Ellis. Ich habe versucht, dich zu erreichen. Erst ein Kind und jetzt ein Kind. Es ist das nur ein, was ich schaffe, zu jemanden, in dieser ganzen Forst. Wo sind Sie? Wir gehen nach einer Ravine und gehen nach Nord. Auf den alten Campsite. Wait, what? We went through that area. We didn't find any Campsite. Well, you didn't find Peter's Cap, either. Listen, we're still on the trail. We'll keep moving north. For Christ's sake, Ellis, stop playing a hero. Just sit your ass down till we find you. Emmett, just find the Campsite and head north. I'll look for a landmark, something to point you in the right direction. Ellis... I'll keep you posted. Over and out. darkness. Gibson Sur tops. How does that be? I have a те... Yeah, that's it. Don't eates. Thanks. photovision. Now that's what's wrong. What's wrong with me? So I wasn't out. Oh, hi. Oh, hi. Was ist los? Was ist die Waffe? Was ist die Waffe? Was ist die Waffe? Easy boy! Er ist jetzt weg! Bullitt, wass wrong? Work, dammit! Oh, yeah. Das ist Dustin. Oh, das ist gut. Das ist doch wieder eine Schöne. Okay, was geht hier? Mitten im Wald, ein richtiges Betongebäude? Überreste? Base 2, Ellis. Ich glaube, wir haben die Ravine gehört. Was haben Sie auf Ihre Seite? Base 2, Ellis. Base 2, Ellis. Base 2, Ellis. Ja, eigentlich, wissen Sie, ob jemanden hat eine Konstruktion hier gemacht? Wie, was? Reinforced concrete. Foundations, oder... ...trenches. Trenches? Es gibt keine Militärer in diesen Teilen, seit der Civil War. oder... Ellis, sind Sie... sind Sie sicher? Ich weiß, was ich sehe, Lanning. Okay, okay. Es ist nur... Ja, wir schauen uns auf diesen Campsite, und die... ...und die Trenchen, oder was auch immer sie sind. Über und aus. Okay, aber... ...sollte ich nicht mal diesen... ...gang da runter gehen? ... Ich werde hier ein grosser Kart. Dann noch einer, ich würde nicht auf die Re embassungsmunkriebe oft. ... ... ... ... ... ... ... Was ist denn jetzt mit diesem Eingang dahinten, sondern nicht dahinten? Oder doch? Okay. 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 Das ist der Moment. Okay. Okay. Das war's. Peter nicht weg. Er war gezwungen. Ich habe ein Bild. Es zeigt der Mann, der das gemacht hat. Was? Wie... Wie... A Bild? In der Mitte der Bäume? Alice, sind Sie ernsthaft? Ja, die Bildung machen. Aber... Es ist kein Zeitpunkt. Wir müssen den Mann finden. Er ist in gefährlich. Alice, sogar wenn das wahr ist, ich kann nicht, dass Sie allein gehen. Wir haben keine Wahl. Wir haben keine Wahl. Ja. Ich werde ihn finden. Ich werde ihn finden. Warte! Gott, dammit! Er wurde in die Trenche, die ich vorhin gesehen habe. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Ich weiß. 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 Es ist immer das gleiche Bild mit einer anderen Person. Aber wir haben zu uns gekehrt. Jetzt sag mir doch mal, wo der Eingang war, kleiner Mann. Los geht. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Wie war das? Ja. Hier war das. Jetzt gucken wir uns das Video mal an. Ist irgendwas drauf zu sehen sein? Video ansehen. Achtung, okay? Das Video wurde irgendwo hier aufgenommen. Ja, das habe ich auch gesehen. Direkt davor. Warte mal, ich stelle mich mal hier hin. Okay, jetzt liegt da der Ball wahrscheinlich. Liegt der hier? Brotkrumm Spur, wo ist denn dieser Ball? Da. Perfekt. Da. Perfekt. Komm her, Junge. Komm her, Junge. Komm her, Junge. Peter ist in Gefahr und wir sind die einzigen, die helfen können. Atta, Junge. Okay. Okay. Aber er will immer noch nicht reingehen, aber warum? Ich würde schon gerne reingehen wollen. Okay. 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 Lassen wir erstmal. Ich glaube, ich finde irgendwo bestimmt, ohne jetzt auszuprobieren, irgendwie den Leister füllen. Gucken wir mal, was der Kleine hier sagt. Okay. Können wir den Ball nochmal nehmen? Komm her. Ja, da ist doch okay. Ich könnte ihn nochmal gehen. Ja, ich komme. Komm her. Hast du sicher, dass das der richtige Weg ist, buddy? Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Oh, der macht mich am Arsch! Was ist das denn? 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 Nichts mehr, oder? Bleib an einem Kämpfer an seiner Seite. Er hilft dir, Gegner zu bekämpfen. Doch allein ist er verrundbar. Okay. Haben wir ja nichts falsch gemacht. Hat ja funktioniert. Neue Kassette. Die Gefahren. Sie denken, ich weiß nicht. Aber ich sehe sie. Ich sehe sie. Wenn ich sie wache, sie schreien mich. Sie schreien mich. Sie folgen mich. Die Lichter. Sie hält sie weg. Sie hält mich sicher. Ich muss auf die Lichter halten. Oh. Das mache ich jetzt mit so einem Video, ey. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er wohl jetzt? Wo ist er wohl jetzt? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er wohl jetzt? Wo ist er wohl jetzt? Hm. Huh? W-W-What is it, boy? Wo ist er? W-This tree? Seems familiar somehow. W- 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 In welchem Video? Kann ich auch einen anderen Zugang jetzt? Select. Ja. Ist das der Wanderung von uns? Oder welches Video soll das sein? Das ist aber nicht das Video. Kann ich denn ein anderes? Ah doch. Hier jetzt. Hinweis auf die Gefahren. Da ist der Baum. Oh ne, das ist zu gut gemacht. Jetzt steht dieser Baum einfach da. Ich gucke dich das an. So geil. Finde richtig gut. So, schauen wir mal drüber. Das ist der Baum. 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 Ich bin der Pferd, ich bin der Pferd. ich habe hier ein paar Säcke läuft auf jeden Fall straight da mal hin hier scheint es was zu geben ok wir laufen das wahrscheinlich einfach nur ok wir gucken jetzt mal weiter sehr gut was denn ok seek was heißt es ist so schwierig dieser Baum das ist aber nicht wieder was weiß landing and where where are you so money what are we talking about the same tree white leafless black vines all over that's the one this doesn't make sense all of this it's just ridiculous god damn it Ellis it was a mistake letting you come here you wanted to redeem yourself I get it and I wanted to help but this is too much for you you're not thinking straight hey don't talk to me like I'm crazy what do you want me to say Ellis that it's all fine and dandy because I sure as hell tried that and it didn't work screw you Emmett I don't need your help it's you who needs me now I'm the only person in this goddamn forest who is even remotely close to finding that kid emmett 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 god damn it god damn it something wrong buddy something wrong buddy emmett esas o emmett c ich bin nie verletzt, ich will nicht sterben was bringt mir dieses Video oha war das gewollt oder bin ich down nein, das war nicht gewollt die sind garantiert mit diesem Video zusammen ich will nur das Video nochmal anschauen ja, im Moment ich bin ja so Kamera ich bin ja so Irgendwie kommen sie jetzt nicht. Komm. Weiß nicht weiter, oder? Hier! Schon wieder dieses Viehstein... Oh, legt mich am Arsch. Jetzt hab ich bestellig. Was ist denn hier rein, dear? Oder? Bli... Wut! Jetzt bin ich hier. Gehe! Ich bin hier! Das kann doch nur mit diesem Video zusammenhängen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Das Licht ist zu fern, ist geschützlich. Ich kann das nicht verlieren. Okay, Licht ist klar, habe ich gehabt. Schon wieder? I don't like it either. Hier ist doch dieser Stein, oder, wenn ich spürt. Das ist wieder schnell. Was ist denn der Stein? Ah, ist das hier. Du schlagen oder nicht? Ja, habe ich. Sehr gut. Ich weiß nicht. Gesundheit. Es ist immer besser sich zu bewegen, als nur rumzusitzen, Leute. Die sich nicht... Achso, Leute, die sich mit dem Weg haben, eine neue und seine höhere Sterberer hatte. Von hier an zu gehen. Weißt du? Geil, okay. Ich habe mal so einen Hinweis bekommen. Okay. Wir gehen runter zum Schloss. Jetzt kann er so viele Möglichkeiten an mir. Okay. Das ist bestimmt nicht gewollt, dass man das ausprobiert, glaube ich. Okay. Also das Video hat uns gesagt, wir sollen Licht machen. Oh. Das war von da noch nicht da. Warte, nicht wahr? Es ist Landings Auto. Aber wie? Es war ein totales Wreck vor ein Moment. Da steht noch was drauf. Ich weiß, dass du da bist. Ich habe gerade dein Auto gefunden. Komm mal, talk mit mir. Sag die Lichter. Ah, fuck. Okay, ich weiß nicht. Channel 3. Kann jemand hören? Hallo? es ist election. 經 happened. Kann ausschauen, kann man das Licht machen? uloесь Kanal 3 sag das Licht. Achso, jetzt macht das wahrscheinlich erst, okay. Ah, das Licht? Stand negó. Was? Stand. Anschau die Lichten wieder auf die Kamera. Cannain. Wer ist das? Stand. Hallo? Ah, komm an! Ja, warum die hell nicht? Locked, natürlich. Hey, wo? Wo hast du ihn gefunden? Ach, wie es wichtig ist. No, gut job, buddy. Wait hier, buddy. Oh, no battery. I should take a look under the hood. Somebody here. Okay. Okay. Another missing person? Okay. Siegewerk. Schuhe noch. Ah, no battery. Okay. Oh! Cool it, okay? Entschuldigung! Ähm, Frontscheinwerfer 20A, Position 7. Okay. Linksparklich ist er. Ein bisschen Spulen jetzt drinnen. Geht die Wandel nicht? Sicherung ausfählen. Achso, Moment. Frontscheinwerfer 20A. 20A muss in die 7. Krasser Chance. Ja, meine Gedanken sind genau. Okay, Freunde. Ich würde sagen, wir machen hier einen Cut. Das war ganz, ganz nice für die zweite Folge, würde ich sagen. Also dieses Viech hat mir schon gut die Buchse voll gemacht, muss ich sagen. Ähm, wenn euch das Video gefallen hat und wenn ihr vor allem noch weitere Folgen sehen möchtet mit mir zusammen, müsst ihr natürlich ein Abo da lassen. Ansonsten haut gerne was in die Kommentare und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao. 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 Ciao.